Hallo, ich heiße Emma. Was essen Sie gern, du sagst? Doch, ich möchte dir gern sagen. Ich mag Obst. Ich mag Äpfel, Orangen, Zitronen und Bananen. Ich mag auch Blubeeren, Erdbeeren und Himmelbeeren. Was? Du hast eine andere Frage? Haben Sie ein Lieblingsessen? Und wenn ja, was ist Ihr Lieblingsessen? Kein Problem, ich habe Antworten. Ja, ich mag Schokolade. Ja, Schokolade ist mein Lieblingsessen. Jeden Tag mische ich Obst und Schokolade zu einem Smoothie. Das schmeckt sehr gut. Was essen Sie nicht gern? Ich mag auf Englisch those sliced pieces of bagels and chucks mix nicht. Ich mag Bagels, aber nicht im Chucks. Zum Glück koche ich gern. Ich mache Chucks Mix und Bagelsstücke. Ich esse Bagels separat. Das sind also meine Vorlieben, Social Kommentar und Kochentipp. Tschüss! Ich mach dich. Untertitelung des ZDF, 2020